Aufgeklästert. Fertig. Goal! Nein, nein! Wichtig, 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 wichtig. Nicht schlecht, Mann! Ja, siehst du, der Idiotensohn ist schon da vorne irgendwo gegen eine Leimplanke gefahren. Und da ist mein Geld, Alter. Was? Äh, was? Lass mich kurz überlegen. Ich glaub ich fick dich, mach die Hände hoch los! Mach die Hände hoch, ich hab's gesagt! Mach die Scheiße noch los! Warum, Alter? Warum? Weil du hast mich damals auch ausgeliefert, du Fotze! Wo hab ich dich ausgeliefert? An, 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 an Schaltzentrale, das weiß ich noch! Nein, Alter! Doch, klar! Nein, Mann, das war... Hä? Ich glaub du wurdest so oft gefickt, du weißt gar nicht mehr von wie du gefickt wurdest. Ich hatte mal... Ich war da nicht, ich hatte da mit nichts zu tun. Glück gehabt, dass dein Freund da ist. Farut, alles gut! Alles gut, Farut! Dein Dreck, diese Scheiß-Urus. Ich fick den seine Mutter, diese Urus, Alter, diese Hurensohn-Urus. Wallah, Bruder, ich fahr so, ich bin in Führung, alles gut. Ich fahr gegen ein kleines bisschen gegen Baum, Reifen geht kaputt. Ich dreh um, nochmal geht Reifen kaputt. Ich wollte grad eigentlich von deinem Kollegen den Kopf abschneiden, aber ich dachte mir, scheiß drauf. Egal, Bruder, ich muss erst mal kurz das Wetter einlösen. Ich bin gefickt, Bruder. Fuck mich das gerade ab. Ja. Und da kommen die 10 Zaps. Gut, jetzt haben wir Frieden, Glück gehabt. Ich wollte grad... Oh, schade! Bruder, du wirst doch deine Frust jetzt bei diesen anderen rauslassen können. Okay, okay, okay. Hey, Mario. Ja. Was ist los? Ich bin ganz alt. Hallo. Ja. Was, was denn? Ich rede doch! Hallo. Mario. Ach, fick dich doch. Du willst mich verarschen, ich bin doch nicht dumm. Mario. Falls du redest, man hört dich nicht, ne? Ey, Farud. Ja. Doch, doch, Mann. Ey, er sagt, man hört mich nicht. Ich glaub, der hat ein bisschen Probleme mit seinen Ohren, der Idiot. Was ist los, Sosa? Was wolltest du sagen? Hallo? Barut? Ja, was wolltest du sagen? Meine Ohren dämpfen irgendwie die Stimme von Mario. Ehrlich? Ja. Ey, Mario. Ja. Ne, ich höre ihn. Du hörst ihn? Sag mal was, Mario. Ja. Mario. Ja. Nochmal, hallo. Hallo. Mario. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaub, wir werden wieder in der Rede zu leise oder... Keine Ahnung, ich verstehe. Hallo. Ich bin's, Mario. Hallo. Okay, Bruder. Du hast mich gefickt, Bruder. Du hast mich gefickt, Bruder. Ja, Bruder. Was soll ich dir sagen, Anna? Egal. Er soll mich nicht hören. Er muss fühlen. Seinen Arsch fühle ich gleich. Ich hab dich die ganze Zeit gehört, du Vollidiot. Ich bin's. Das ist ein Wichsel. Hier, was? Warte, hier, hier. Hier sind die. Fahr mal hin, Bruder. Fahr rein, Bruder. Wir haben keine Angst, Bruder. Wo seid ihr, ihr Hurensöhne? Kommt raus, Bruder. Majo ist back in the town. Da, da ist einer. Da ist einer. Majo, da ist einer. Da sind zwei. Da sind... Nein, nein, fahr nicht rein. Fahr nicht rein. Du kannst ihn jetzt ficken, Bruder. Jetzt ist deine Chance. Soll ich, soll ich mich schießen? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So schnell. Ne, 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 zurück, zurück, zurück. Fahr, 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 fahr. Perfekt, dass wir das mit meinem Ur-Haus machen, ne? Hast du jetzt, hast du jetzt deinen Seelenfrieden oder willst du noch einen haben? Einen einzigen noch. Wegen, keine Ahnung. Ich muss. Ich muss. Ich habe auch einen Fallschirm dabei, falls was, äh. Falls es richtig zur Sache geht, ne? Richtig. Hier links, diese Gegend hier. Ich bin uns auch immer falsch, wenn es zur Sache geht. Allerdings beim Geschlechtsakt. Aber Farud, diese Jungs da hinten sind. Ihhh. Nein. Ey, Digga. Alles auf meine Hose, Digga. Digga, zum Kotzen, Mann. Ey, fuck, Alter. Weg vom Burrito. Weg von meinem Burrito. Komm her, komm her. Da, 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 da. Weg. Scheiße, du Wegster, mach die Tür auf. Geht weg. Okay, okay. Weg von meinem Burrito. Ja, was ist denn mit uns? Wir brauchen doch auch Waffen. Ja, dann kauft euch Waffen, aber nicht an meinem Burrito. Okay, alles gut. Geh weg, da ist alles drin. Uzi, alles. Ja, Digga, wir wollen nur eine Pistole holen. Was ist los mit dir? Ja, da ist keine Pistole. Geil, Mr. Krabs. Aber danke, dass ich sein scheiß Burrito angucken durfte. So, jetzt können wir euch Waffen kaufen gehen. Warte mal, warum lachst du? Heb deine Hände hoch. Ich will das. Ich will sehen. Ich hab nix, Mann. Mann, wie vorsichtig der Junge ist, Alter. Bruder, Wallah, einmal will man nett sein, dass es im Türkischen gibt, ein Sprichwort. Irgendwie, du gibst Finger, die wollen arm, Alter. Wallah, das stimmt. Was Winterjam mir damals erzählt hat. Der ist ja aus Türkei, der Bruder. Hätte mir auch das immer gesagt. Er hat gesagt, du gibst Finger, die wollen hand. Ja, Bruder. So ist das Leben. Winterjam. Wallah, ich geb nicht. Wallah, ich geb nicht. Bruder, ich wollte nur... Ich wollte nur... Ja, okay. Wartet dahinten. Wartet dahinten. Ich mein's ernst. Ey, ich warte dahinten. Wie weit soll ich noch nach hinten? Ich bin schon weit genug weg. Ey, ey, ey. Ich hab seine Uzi. Ich hab seine Uzi. Oh, oh, oh. Er hat die... Ey, 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 ey. Tschö, 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 tschö. Meine Uzi. Tschö, tschö. Heb deine Hände hoch. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Heb deine Hände hoch. Tschö, tschö. Scheiße. Der hat meine Uzi. Der hat meine Uzi genommen. Oh mein Gott. Nein, ich wollte die auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist mein... Ich hab... Bruder. Bruder, mach sowas nicht. Bruder, steck sie rein, bitte. Wallah, die Hautverkampf... Bruder, bitte. Oh, da kommen schon Leute. Bruder, bitte, bitte, schnell. Verpiss dich, verpiss dich von ihr. Hier gibt's nichts zu sehen. Geh weg. Geh weg. Ja, verpiss dich. Verpiss dich. Ja, komm, gib mir dir einen Vertrag mit mir aus. Komm, gib mir dir einen Vertrag mit mir aus. Was? Was hat er jetzt gesagt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bruder. Der droht uns. Mit Dua. Der sagt einfach Dua, damit es uns schlecht geht. Hab ich gar nichts gesagt. Warum sagst du sowas? Das würde ich niemals machen, Aude Billah. Okay, Bruder. Ich bin professioneller Schiedsinger. Ja, Bruder, das ist auch schön und gut. Vielleicht mach das mit Abul Barah oder so, Bruder. Aber wir sind die falschen Leute. Wir wollen jetzt jemanden abknallen, Bruder. Ich frage ihn, ob er noch ein bisschen Honig für mich hat. Manchmal weiter. Achso, kein Schlecht. Mitmachen, so vielleicht Vertragen? Bruder, du willst gerade mir was von Dua erzählen. Jetzt wird jemanden abknallen. Nein, Bruder, das war's. Es da für Allah. Es da für Allah. Also das ist doch wirklich hier, ne, sowas geht gar nicht. Ich wette mit euch jetzt keiner da. Das ist immer so, wenn man jemanden sucht. Majo, red mal mit anderer Stimme. Sag mal so. Hola, amigo. Hola. Hola, amigos, alles klar? Natürlich, kann man euch helfen? Ne, wir grooven hier ein bisschen rum. Alles cool. Ey, das ist doch der, das ist... Kann das sein, dass du Majo Salami bist? Ne, Mann. Ich kenn den aber. Der ist eine Lachnummer. Achso, ja, ja, okay. Ey, hinten links, du bist doch heute Rennen mitgefahren, oder? Äh, fahr los, fahr, 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 fahr. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Jung, ach du Scheiße. Wir müssen uns ergeben, wir müssen uns ergeben. Nein, Bruder, was wir ergeben, ich fick die, Bruder. Warum hab ich den nicht erwischt, Mann? Bruder, bist du, ey, 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 ich hab sein Auto heute geklaut, deswegen. Bruder, Wallah, ich darf nicht sterben, Bruder. Deswegen, du hast keine Wahl, du hast keine Wahl. Majo, wenn die kommen, dann sag, wir ergeben uns und so. Wir distanzieren uns von dieser Aktion gerade. Sag, wir sind im Auftrag, sag, wir sind im Auftrag. Mach, Fikna, geht los. Oh, dann dreh um, dreh um. Warte, Bruder, erst mal, ich muss entkommen. Ist jemand hinter uns? Nein. Okay, Bruder, hier finden die uns niemals. Ich glaub, das sind die, die mit uns Kaffee trinken wollen, Alter. Sonst würden die uns ja nicht so hinterherfahren. Fahr zum Polizeirevier in die Straße. Oh, sicher. Ja, ja, fahr da dahin, da machen die nichts, da haben die Angst. Aber es kann sein, dass die schießen, also pass auf. Ey, nein, nein. Ich ruf Fahrrud an. Wo bist du? Fahrrud, wo bist du? Uns fährt ein Lambo hinterher. Wir kommen Staatsbank, wir kommen Staatsbank. Hinter uns ist noch einer. Wie wollen wir das machen, du Idiot? Oh, hinten sind zwei. Hast du da Leute oder so? Bist du da alleine? Hellblaue muss die Erlagerung, okay. Hellblaue muss die Erlagerung gucken. Dahinter die war, fuck. Scheiße, der scheißt doch auf Fahrrud jetzt. Wir müssen unsere eigenen nachschreiten. Der ist doch in Sicherheit. Okay, Fahrrud, wir müssen auflegen, Mann. Hier fahren uns die Autos hinterher. Wenn er bei uns einsteigt, dann ist er doch auch gefickt. Nein, nein, ich bin mit Sosa. Wir fliegen gerade vor fünf Autos. Bist du vorbeigefahren? Ja, ja, der ist vorbeigefahren. Wir sind gerade PD in der Nähe, beim Kleidungsladen. Wir waren gerade vor PD, sollen wieder vor PD fahren. Lost sucht uns auch. Was machen wir jetzt? Wir haben zwei Optionen. Entweder wir fahren zu meiner Garage, da haben wir viele neue Autos. Oder wir rufen Fahrrud an und der holt uns ab. Hey, bist du von Lost? Ja, wir suchen dich. Perfekt, gut, ich fahre jetzt zu euch. Ey, Bruder, was ist das für eine Unterhaltung? Warte, ich verarsche die ein bisschen. Nein, du musst stehen bleiben. Bleib doch stehen mit dem Wagen. Bleib doch stehen. Danke. Fuck, 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 scheiße, wir geben uns. Digga, chill doch, mein Gott, digga. Ihr hängen geblieben, Alter, mein Gott. Oh mein Gott, nein, Sosa, was habt ihr getan? Das war's, was habt ihr getan?